Ein Donwald ging, über ihr Leser, Maria, durch ein Donwald ging, der hat in sieben Jahren auch getragen, Jesus und Maria. Was trug Maria unter ihren Herzen, für ihr Leser, ein kleines Kindlein ohne Schmerzen, was trug Maria unter ihren Herzen, Jesus und Maria. Da haben die Dornen Rosen getragen, Kyrie, Leser, als das Kindlein durch den Wald getragen, ja, da haben die Dornen Rosen getragen, Jesus und Maria.